LKW unterweg fahren, das weiß ich auch nicht. Wissen die, was der LKW geladen hat? Weissen die Leute auch nicht. Die wissen nicht, was in dem Frachtbrief steht? Nein, die Leute haben keinen Frachtbrief vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich kann nicht verstehen, warum fahren all die Leute, die Trucks aus Deutschland, fahren immer durch. Keiner hilft. Keiner hilft. Nur denken an ihr eigen, fahren, fahren weg von hier. Ich kann nicht begreifen. Wir kommen von Holland. Hollanders helfen immer. Nach 20 Minuten kommt endlich die Feuerwehr. Sie steckte im Stau, auf der A1. Wo bleibt die Polizei? Keiner regelt den Verkehr. Ein Reifen ist geplatzt. Wie durch ein Wunder. Nur einer der Brandhelfer wird leicht verletzt. Unter Hochdruck laufen die Löscharbeiten. Noch immer weiß niemand, was der LKW genau gegeben hat. Über 25 Feuerwehrmänner aus Maschen und Seevetal sind im Einsatz. Mit Atemmaske gehen die Brandhelfer immer wieder dicht an die Flammen. Jeden Augenblick könnte noch ein Reifen platzen. Die Brandhelfer bringen sich in Lebensgefahr. Die Feuerwehr setzt Löschraum ein. Dann die Entwarnung. Der Wagen hatte Gummi und Kautschok an Bord. Kurz danach trifft die Polizei ein. Keine Chance, schneller da zu sein. Warum haben Sie leider so lange gebraucht, bis Sie hier waren? Weil wir durch den Stau Richtung Hamburg durch mussten. Und die Verkehrsteilnehmer wenig Platz gemacht haben. Die Feuerwehrmänner mit Ihrem großen Einsatzwagen war viel schneller hier zum Glück, muss man sagen. Ja, das kommt daher, weil die Feuerwehren dichteren Anreise wie ich hatte. Wir mussten über Maschen drehen, durch die Baustelle durch und dann hierher. Es gibt auch für Sie keine Schleichwege aus dem Maschner Kreuz irgendwie an so einem Punkt wie hier. Nein, da bin ich reinkommen können. Wir haben das dichteste gesucht. Und die Feuerwehrmaschen ist eben schnell armiert worden und dadurch auch durch den Stau durch sind wir dann auch schneller hier gewesen. Die Vollsperrung wird in ca. 10 Minuten aufgehoben, wenn die Löscharbeiten so weit sind, dass wir allen Fahrschreiben freigeben können. Dann endlich, die Fahrbahn ist frei. Die Baustellen treiben die Polizisten zur Verzweiflung. Immer wieder Nordrufe, doch kein Durchkommen zu den Unfallorten. Für die Autofahrer ein Desaster. Die Bilder immer gleich. Bis zum Horizont kilometerlang.